So, willkommen in der Welt der Nackt Orks, die eigentlich Zyklopen sind. Wir erinnern uns daran, wir haben bereits schon mal drei Zyklopen mit müzevoller Kleinsarbeit gekitelt. Irgendwann bin ich ganz sicher, warum Zyklopen eigentlich in Höhen leben, weil die sind ja an sich eigentlich... Ach nee, oder nicht. Sorry, kein Zyklopen. Na scheiße. Ich glaube, wir müssen die auch wieder tot leben. Weil ich sehe nicht, dass ich die mit einem Nahkampf gut totkriege. Ohne ich meine, aber abzubrechen. Es ist zwar halt leichter, sie zu kiten und sie einfach mit dem Bogen tot zu machen, als das andere. Dieser typische Afrikant-Decker mit den Truppenhelmen ist ja eine Trophä. Die haben halt einfach mehr Reichweite als ich, ne? Oh, kann ich die Stagger machen, die einfach nur wie Wild-Klicksplanner? Nein, kann ich nicht. Okay, wir machen das mit dem Bogen. Okay, gut. Ich will jetzt halt Safe-Game laden. Ich wollte gar nicht Quick-Load laden. Ich habe gerade richtig Safe-Game gemacht. Ich weiß nicht, ob es so ein Decker gibt. Gibt es das männliche Lara Croft im WoW? Ja, ne, das ist Indiana Jones. Der Typ hier. Den gibt es auch in Hearthstone. Den gibt es sogar in Hotz. Diesen Indiana Jones-Verschnitt. Von Blizzard. Ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt. Weil der hat einen Namen. Ich weiß auch irgendwas mit Jones. Gibt es eine Karte auf jeden Fall von dem Typen. Man sieht den in Hotz, sieht man den auf zwei Maps. Nämlich auf der Spider-Queen und der... Und am Sky-Tempel guckt da unten noch so ein Loch aus. Und der Spider-Queen sieht, wie er sich hochseilt. Ja, der Tobi sagt, das ist... Viele Leute haben einen Tropenhelm auf. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal. Die gibt es im... Die gibt es im Kolonial-Warenladen. Toi, jetzt kommen alle. Das war nicht so geplant. Vielleicht, glaube ich, seit meiner Eskapade in der Drachenhöhle bin ich nicht unbedingt besser geworden. Ich würde die gerne einzeln. Ich meine, das sind nur vier. Jetzt waren es, glaube ich, drei in der Drachenhöhle. Jetzt hören wir auf, mit dem scheiß Bogen hier rum zu fuchteln. Einzelnen kriegen wir die auf jeden Fall. Reno Jackson, hieß der so? Na komm, dreht ab, liebe Oga. Ich will nur einen von euch töten. Das regt mich schon ein bisschen auf, dass er den Bogen so langsam wegpackt. Oh, Junge. Dann hast du einen Bogen, hast du nicht mit Jackson? Na, in Hotz hat gar keinen Namen. Oh, wie sind die denn? Warte mal, äh. Ich würde gerne mit den Typen reden, aber ich möchte ihn jetzt ungern in den Kampf mit den... gegen die Oga mit reinziehen. Das könnte sich nämlich jetzt nicht gerade völlig für seine Gesundheit... Ach, nee, das nennen sie wirklich Wasserfälle. Das sind keine Gliedschichtige Welt. Das könnte sich nämlich negativ für seine Gesundheit ausweisen. Wo ist der, der der low ist? Och, Meister hat der schon, oder? Die bringt viel mit XP die Oberne. Ach, ich hab schon wieder keine Ausdauer. Das ist das Problem hier. So komm ich auch nicht weg. Oder ich komm nicht weg, wenn der Kienglitsche ist auch geil. Diese scheiß Ripper, ne? Die ziehen ja immer die Ausdauer weg, glaub ich. Ich glaube, das gibt's den nicht. Wie heißt der denn? Es gibt den nicht namentlich, aber du siehst den auf der Map. Das ist dieser Typ, der... Ich würde gerne diesen Trank trinken. Am besten bevor die Oga da sind, okay. Äh, du siehst den auf Tomb of Sky... Spider Queen siehst du, wie er sich hochseilt am Ende. An so'n Seil hängt. Und in Sky Temple siehst du, wie er auf der Bot Lane guckt er aus so'ner Klappe raus. Den kennst du, kennst du, kennst du, kennst du. Hast bestimmt schon mal gesehen. Ich frage mich ja nicht wirklich, was die Oga mir eigentlich getan haben, ne? Ah! Die sind ja offensichtlich irgendwie fühlende und denkende Wesen, die Oga. Vielleicht ist mir ein Denken nicht so weit her bei ihnen, aber trotzdem. Ah! Jetzt wird's hier wieder knappig. Sag ich doch, das ist Rino Jackson. Siehste? Guck mal, sein Kumpel hat abgedreht. Jetzt renne ich gerade schon wieder in die... in die... in die Nashöner rein. Ich würde übrigens wirklich gerne die Oga einfach im Nahkampf totkriegen, aber das ist halt einfach nicht darstellbar für mich. Wie ein Meister-Assassiner. Auf den Hinterkopf. Der zweimal... vor allem zweimal Weinball. Seine Waffe ist trotzdem kaputt. Das regt mich ein bisschen auf. Der hat sie doch gar nicht mehr in der Hand gehabt. Damit reden wir mal mit dem Typen da oben. Vielleicht hat er eine Quest für uns, Oga zu töten. Die würde man natürlich liebend gerne tun. Oder sind das wieder auch welche versprengten Rebellen mitten im Wald? Ist der da wirklich alleine? Also wirklich alleine. Hallo! Hallo, Owen. Hey, Fremder! Hast du einen ordentlichen Schnaps für einen abgetakelten Schürfer dabei? Oh, so Lut? Ich will mich besaufen. Äh, äh, ja, klar. Wer bist du? Ich bin ein heimatloser Schürfer. Mein Name ist Owen. Ich habe im Krieg alles verloren, was mir lieb und teuer war. Ich warte darauf, dass mich eine Ork-Patrouille einsammelt, um mich in die Minen zu schicken. Mhm. Hier ist ein Schnaps. Hier ist eine Flasche Schnaps. Danke, Mann. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Was? Die Oga konkurriert mit dir um deine Jagdbund? Du fühlst dir schon was Spaß in die Oga, um ihre Familie zu ernähren. Da ist ein Swiss-Fob-Pamil. Lass mich in Ruhe. Was? Kann ich sein Bett schütteln? Nee, kann ich mal sein Bett benutzen. Ach so, nee. Dann muss ich mich jetzt echt hier wieder mit dem Fleisch hochheilen. Ah. Der ist schon auch für den Androide? Nee, der hat einfach nur die normale... Also der hat die normale Standardkleidung an, die er wieder an hat. Ein paar Fetzen halt. Aber wahrscheinlich die normale Schürferkleidung, die kennen wir noch nicht. So, ich muss trotzdem jetzt da unten durch. Das ist übrigens noch nicht so richtig erwiesen, dass Oga überhaupt eine Familie haben. Aber generell wird sowas im Spielen eigentlich immer voll vernachlässigt, ne? Also... Gut, das ist in... Ich habe gerade wieder an Goblins-Slayer gedacht. Aber gut, da ist... Haben die Goblins ihre eigene Art, sich zu vermehren? Die irgendwie weibliche Wesen komplett nicht beinhaltet. Aber... Ich meine, die Oga müssten ja eigentlich auch irgendwas haben. Aber du siehst halt nur die Typen. Und wir haben... Ich habe ja schon in der... In der anderen Höhle habe ich ja schon die kompletten... Also in der Skeletthöhle... Was ist die Skeletthöhle? In der Drachenhöhle... Habe ich ja alle Oga getötet, ne? Und da war nichts mehr. Und das ist ja wohl eher unwahrscheinlich, dass die da alle alleine sind. Da habe ich schon wieder zwei Oga an den Hacken. Ach! Also lange können wir das nicht mehr so machen mit den... Mit den Bogen, ne? Scheiße, wir werden noch ein bisschen warten. Aber eigentlich ist es egal, ob ich zwei Oga hinter mir herrenne habe oder einen. Mit dem schützlichen Vorteil, dass ich den gerade in den Fuß geschossen habe aus Versehen, weil ich den anderen verfehlt habe. Das wäre übrigens alles viel einfacher, wenn ich Bogen abschießen würde. Okay, der wird... Oh Gott, das ist ja auch ein Igel, der Typ. Oh, Mann! Und die Richtung sollte ich nicht zu weit rennen. Hier war ich noch nicht. Ah! Vorne ist übrigens Randall. Ruckel, 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 ruckel. Jetzt habe ich die Ahnung. Und das ist immer noch nicht die Ahnung. Das ist super. Nein, es kommt eine andere. Hau ab! Ich habe eigentlich gerade die Ahnung, eine Zeit für dich. Bist du auch ein abgehefteter Schürfer, ist der Randall? Wahrscheinlich ist da eigentlich das der Ort, wo ich hin will. Die Rebellensiedlung Okara übrigens. So, ich hoffe übrigens, da hinten komme ich noch. Na, okay, ist allein. Also mit Vorhalten habe ich es anscheinend nicht so. Mit einem echten Bogen vorzuhalten, steckt mir wirklich schwer vor. Aber dafür müsstest du ja irgendwie sicher erst mal schießen können, ne? Naja, es hat schon seinen Grund, warum die Armbrust später dadurch mehr beliebt hätte. Für den Bogen brauchst du irgendwie hunderte Stunden Ausbildung, bis du den gut schießen kannst. Und dann doch tatsächlich konsistent was triffst. Jetzt mach ich keinen Scheiß. Aber nie, zusammen, reiß dich zusammen. Machen wir uns auch. Äh, für den Bogen brauchst du hunderte Stunden Ausbildung, bis du das Ding konsistent schießen kannst. Und eine Armbrust ist irgendwie in wenigen Tagen gut ausgebildet. Bist du pro Ork oder pro Mensch in diesem Durchlauf? Ich habe mich nicht... Also... Okay, doch, ich habe mich schon entschieden. Ich bin natürlich pro Mensch. Aber ich warte eigentlich immer noch... Also ich habe bis jetzt noch keine Revolution. Also ich war schon in Kap Thun. Und da hätte ich jetzt schon die Revolution starten können. Aber habe ich noch nicht. Und... Das... Ich warte halt noch darauf, das zu machen, weil ich... Ich warte halt noch darauf, dass irgendwie mal irgendjemand mit einem guten Grund kommt, warum ich den Orks helfen sollte. Aber bis jetzt ist das noch nicht passiert. Achso, gut, die leben hier gar nicht. Die haben hier nur zwei Truhen aufgestellt. Und das war's. Also, wie gesagt, ich warte darauf, dass mir irgendjemand jetzt erklärt, dass... Naja, dass das den Orks unterstützt, das ist natürlich voll sinnvoll. Und weil... Bis jetzt haben wir den einen Typen von den... Von den Orks-Söldern gehabt. Der hat so einen semi-guten Grund vorgebracht. Mit das, naja, die Orks sind die besseren Herrscher, bla bla bla. Aber so richtig überzeugend war das nicht, was die Orks so den Menschen antun. Das ist jetzt halt auch nicht unbedingt so... Das spricht nicht für die, sag ich mal. Insofern weiß ich nicht so recht, was ich jetzt für den Orks halten soll. Also, bis jetzt spricht eigentlich alles für die menschliche Revolution. Klar, der König ist bestimmt kacke. Aber... Ich nehm mal stark an, dass das... Also, wenn die Revolution dann kommt und die Orks besiegt sind, und Zahlders besiegt, hochbesiegt ist, ist natürlich noch die große Frage, ob das Land dann nicht gleich darauf in den Bürgerkrieg versinkt. Weil der... Wer auch immer Anführer der Rebellen, vielleicht nicht um den Königstreu ist, ne? Weil die Paladine, was ja die Königstreu sind, die sind ja anscheinend ziemlich ausgelöscht. Von denen gibt's nicht mehr so viele. Zumindest nicht von dem ich weiß. Wenn die große Paladin-Hochburgota... Oh, Schattenbestien. Wow. Äh, die große Paladin-Hochburgota wurde ja niedergerungen. Das heißt, es gibt noch so drei, vier wenige Paladine. Da würde ich mal vermuten, dass es durchaus nach dem Krieg sein könnte. Ach stimmt, das hab ich ja letztes Mal schon gerafft, dass wenn ich im Schleichen loote, dass es viel schneller geht. Paradoxerweise übrigens. Das ist schon irgendwie cool, ne? Vielleicht mit der, der weiß, dass ich einen Schattenbestien easy totkriege. Was ist das eigentlich für eine Pflanze? Die sieht irgendwie so wichtig aus. Die Uhr wahrscheinlichste hätte, warum nicht die Orks die Menschen mit einer eigenen Uhr haben will. Die sind halt irgendwie stärker, ne? Ja, das ist besonders... Oh, Oberblatt. Ich muss los. Tschüss. Schön war's gewesen. Tschö, bitte. Mittlerweile gab es ein Gesetz, dass jeder vieler junger Mann nach einem Sonntag natürlich einen Wunsch zum Training gehen muss. Was existiert noch heute? Es gibt ja viele so eine Arkane-Gesetze. Das ist so englische Politik auch ganz lustig, sich von außen anzugucken, weil die dann halt, wenn so wie Hard-of-Heart kommt, holen die halt irgendwelche ur-alten Gesetze von 1600 irgendwas raus. Die sie dann halt zitieren. Aber die sind halt zitiert, um irgendwie ihren Punkt zu unterstreichen. Das ist dann... Ich meine, gut, in Deutschland haben wir immer noch Majestätenbeleidigungen, ne? Ich glaube, das wurde immer noch nicht abgeschafft, was halt auch mal wie mächtig Zeit geworden wäre. Äh, was ist das für eine Revolution? Frieden zwischen Menschen und Orks zu herrschen? Ja, aber das ist die Kultur der Orks scheint ziemlich inkompatibel mit denen der Menschen zu sein. Da müsste man vielleicht erstmal kulturell auf beiden Seiten noch ein bisschen arbeiten. Also die Menschen sind von den Orks überhaupt nicht überzeugt und die Orks, naja, denken jetzt von den Menschen auch nicht gerade hoch. Also da muss man vielleicht noch ein bisschen Völkerverständigung betreiben und am besten getrennt von denen, bevor man da was macht. Ja, wie gesagt, die Ogre sind wahrscheinlich, das ist eher so Steinzeitmenschen-Niveau von der Intelligenz. Aber die sind halt nicht... Das sind halt keine Tiere, die du einfach abschlachten kannst und dich nicht ein bisschen schuldig zu führen. Ja, der englische Langbogen hatte schon seine Reichwertenvorteile, das stimmt schon, aber das hat halt auch irgendwie doof mit der Ausbildung und so alles, ne? Ja, aber das ist das Problem, so ein scheiß Langbogen ist halt, wie gesagt, du musst halt ewig ausbilden. Es ist ja nicht so, dass du mit so einem Bogen jetzt tatsächlich Präzisionsschüsse machst, also kannst du schon machen, aber ich glaube, das ist das große Prinzip, ja, du hast... Also ich stelle mir das halt immer vor, du hast deine Bogenschützen alle auf der Mauer stehen, so wie ins Tonnenholtz, also die stehen alle auf der Mauer und machen einmal rüber. Oder halt stehen halt irgendwie auf dem Feld und machen die Herande an der Mee. Da zielt ja keiner. Oder auf der anderen Seite rennt halt der Phalanx mit dem Schild und macht halt ihr Zeug. War wahrscheinlich in der Antike noch ein bisschen effektiver, weil die Kurzbögen wahrscheinlich nicht so viele Bums haben. Oh, guck mal, Teleportschein, wie praktisch. Ich bin mir fast zu sicher, dass wir mittlerweile den richtigen Ort entdeckt haben. Hallo, Freunde, Miliz. Es ist ja immer gut, dass sie mich reinlassen, ohne mir Fragen zu stellen. Guck mal, die haben hier sogar prägt die Treppen. Cool. Oh, die haben sich wirklich abgetarnt. Respekt. Die sind schon mal besser getarnt als die Typen in Redok. Obwohl ich den Schmied eventuell ein bisschen in die Tiefe verlagern würde. Königstreuer Veteran. Zuverlässiger Rebell. Aufstrebender Rebell. Ich weiß schon nicht, wie man den gelangweilter Kämpfer hat. Ich weiß schon nicht, wie man den Rebellen aufstrebender. Eifrig Rebell. Der eifrig Rebell ist der einzige Rebell weit und breit, der sitzt. Geil. Ich muss immer ein bisschen Essen klauen, weil das brauche ich vielleicht noch. Das 3% Essen, das kann nicht verkehrt sein. Ich würde das mal als künstliche Freiheit benennen, dass die Pfeile den Himmel verdunkeln. Weil das ist halt irgendwie schwierig umsetzbar. Eigentlich will ich jetzt schwere Trunen-Level, ne? Also das sehe ich halt nicht. Zweite hier Schmied. Mannig. Ja, moin, grüß dich. Ähm, ja, es ist Schmied anscheinend. Du bist Schmied? Schmied, Koch, Schürfer. Und was weiß ich noch alles. Je weniger Männer wir werden, desto mehr Aufgaben muss ich übernehmen. Er ist Schürfer. Draußen steppt doch ein Schürfer rum. Ihr braucht noch Leute? Oh ja, und zwar dringend. Unser Anführer Roland hat in der letzten Zeit alles verheizt, was wir noch an Reserven hatten. Wir können hier jeden gebrauchen. Langbogenschützen waren hochspezifisch. Äh, mit hohem Ausbildungsaufwand. Ausgebild Langbogenschützen kommen bis zu 10 Pfeile pro Minute. Bereiche Werte von bis zu 200 Meter schießen. Aber wir haben nicht mehr Wert auf Menge als auf den Hauiggekletter. Dann schaffst ihr Gegenteil über Gebiete beschossen. Ja, ja, ja. Tausend Schützen konnten so in einer Minute 500 Kilo Pfeile verschießen. Oh, das klingt. Bildung von Wikipedia. Ja, aber das ist das Problem ist halt. Hochspezialisierte Einheit. Das ist halt in dem Moment Kacke, in dem du halt Masse brauchst. Und dein Gegner kommt halt einfach irgendwie mit 100.000 Mann an. Da hast du halt irgendwie deinen hochspezialisierten Bogenschütz. Und der Gegner hat einfach nur Masse. Und kommt mit seinen billigen Sperrkämpfern an. Stronger Taktik. Oder Mönche, die kosten nur Gold. Aber das ist, glaube ich, in der Realität nicht so ganz. Die billigen Sperrkämpfer halt immer Masse, Masse, Masse rein. Ähm, ja, genau. Ich besorge euch neue Männer. Wenn du freie Männer kennst, die bereit wären, für den König zu kämpfen, dann bring sie her. Such in der Umgebung von Okara und auf den Höfen von Montera. Ich bin mir sicher, dass es einige verlorene Seelen dort draußen gibt, die hierher kommen würden. Ja, gewiss doch. Ja, ich habe keine Einschränkungen. Ich sage, Montera soll ich auch wieder reputieren? Die anderen Rebellen, die vielleicht draußen stehen? Naja, ich kann da frei rumrennen sehen. Oder? Ja, das Ding ist halt, ich glaube, so ein Holzschild zumindest. Also mein Vater hat ja eine Burg. Hab ich das schon mal erwählt? Mein Vater hat eine Burg. Und der hat ja auch eine Waffenkammer. Und der hat auch mehrere Schilde. Ein paar davon hat er auch selber gebaut. Und das Ding ist, ich glaube, wenn er so ein richtiger... Also das ist das mit seinen langen Bogen. Der hat nicht so viel Durchschlagskraft. Aber... Ich glaube, wenn du direkt draufziehst, wenn du halt wirklich ballistisch die Kurve hinkriegst... Ich könnte mir durchaus... Also die Holzschilde sind ja nicht unbedingt dick, ne? Es sind ja keine Metallschilde. Also die haben meistens so einen Metallrand. Da hast du halt, wenn du mit einem Schwert oder irgendwas anderes von der Seite hochfährst, dann die besser halten. Aber von oben halt nicht. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass du jetzt nur so eine Schildverlangs machst, dass es nicht so gut hält. Mal vorab, wie sie jetzt die Sperrkämpfe keine Schilde haben. Das ist halt immer so eine Frage, was du da für Schilde hast, ne? Wenn du jetzt hier an so ein Obliten denkst... Ich glaube, Obliten waren das in der Antike, ne? Die, die das große Schild hatten. Die könnten natürlich so eine... Die Schildkröte machen. Aber ich glaube, das war im Mittelalter. Also im Hochmittelalter, so im 1500 rum, 1400, 1300... War das gar nicht mehr so die Kampftaktik, Schildkröten zu machen. Weil das... Da wirst du, glaube ich, relativ leicht von Belagerungswaffen ausgenommen. Also ich verbinde halt diese Schildkröten-Taktik, verbinde ich eher mit der Antike als mit dem... Mit dem Mittelalter. Aber ich bin ja jetzt auch nicht bestens informiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Da seid ihr bestimmt wesentlich besser dran als ich. Weil das ist schon wieder lange her, dass ich darüber was gelesen habe. Egal, wir machen in der Zwischenzeit ein Spiel weiter und ich lasse euch diskutieren. Ähm... Wo ist... Bringt mich zu euren Anführer! Wo finde ich euren Anführer? Geh runter in die Mine. Er hat dort seine Höhle. Ähm... Ja. Ich brauche Waffen. Ha! Du stehst hier in der größten Waffenschmiede der Rebellen von Mittelland. Ich kann dir sicher was anbieten. Ähm... Ja denn. Zeig mir deine Waffen. Es gibt irgendwie alte Waffentechniken. Ja... Fun Fact dazu, ist zwar nicht ganz so alt, aber man kann keine Kanonen mehr gießen. Also keine Bronzekanonen mehr, so wie früher. So diese klassischen, die man kennt. Weil die Technik ist verloren gegangen. Das war irgendwie relativ special, das zu machen. Das kriegen die Leute nicht mehr hin. Das kann einfach keiner mehr. Also das ist halt... Das könnte man bestimmt, wenn du da drei Wissenschaftler draufstellst und Metallogen, die könnten das wahrscheinlich relativ schnell wieder rauskriegen. Aber es ist halt nicht so trivial, dass wir es noch können. Schutz vor Feuer. Schutz vor Energie. Was ist denn Energieschaden? Ich bin gespannt. Ähm... Gegen. Uh! Uh! Bücherk 120. Klingenschaden 60. Uiuiuiui. Range 108. Dann haben das ja leider schon schlecht. Aber der elegante Degen... Ne, behalte ich erstmal. Vielleicht findet sich dafür noch Verwendungszweck. Muss dieses Schwert. Knüppel. Was sind diese Kopfnuss... Oh, die Kopfnusspfeile sind richtig was wert. Das ist halt quasi eine Wertanlage. Er hat übrigens keine Pfeile im Angebot. Das ist ein bisschen... Bisschen nervig. Warum hat er eigentlich keine Pfeile? Ach, Menno. So, genau. Als Schmied ist er ja recht. Crawlerplattenrüstung. Schmiedswappen für jede... Ah, die Crawlerplattenrüstung. Die wäre gut, weil... Die wäre nämlich keiner Fraktion zugehörig. Was ja aktuell so ein bisschen beim Problem ist, ne? Also ich hätte dort noch Fraktionszugehörige... Waffen habe. Nein, ich will nicht in diesem... Oh. Man kann das abbrechen? Ich bin der Meinung, das ging in Alex nicht. Dass du das hinlegen abbrechen kannst. In Alex ist das neuere Spiel. So, das Protokoll, Freunde. So. Guck mal, noch diese Quick-Safe. Ja, das tut mir ja leid, dass du das... Dass du das Elend schon seit vielen Jahren guckst. Aber das ist halt nur so ein Fun-Fact, wenn ich so an alte Waffen denke. Das waren halt... Das ist halt so ein... Das... Ich kann mir das vorstellen, das kann doch nicht so schwer sein, so scheiß Bronzekanonen zu gießen. Aber anscheinend ist es schwer. Weil die irgendwie hohl sind und thermisch ist es irgendwie nicht so leicht. Auf jeden Fall geht das nicht so einfach. Quick-Club, wenn ich glücksehe, ja, du hast vollkommen recht. Das ist so, so Murat. Aber das Problem ist, ich verhäß das Antwort. Ich hab das eben gerade schon gesagt, wo ich mich an den Scam... an den Dingens vorbeigeschlichen hab, an den Schattenbästchen. Das ja mit... Wenn ich schleiche, ich voll das... Jawoll! Schnell gestanden! Zum Rapport! Geht doch. Weiter machen. Ähm... Das hab ich gerade schon bei den Schattenläufern gemerkt. Und hab voll nicht dran gedacht. Ich brauch trotzdem mehr Pfeile. Ach, wie viele Pilze hier sind. Guck mal hier. Oh, krö... Oh, was herrlich. Übrigens eigentlich auch total unsinnig, ne? Das ist die größte Rebellenbude bei den Breiten. Hier wachsen noch essbare Pilze irgendwo oder verwertbare Pilze irgendwo an der Wand. Das ist ja wohl mehr als unwahrscheinlich. Schöpfen die ja einfach nur den Stahl für ihre Waffen? Schnell gestanden! Ich find's schön, dass die alle, äh... alle Rapport stehen. Dann passt der auf, dass ich die Truhe nicht leermache. Mach ich noch. Oh, warte mal. Äh, äh... Eigentlich ein Mietisch ist voll gut. Den brauchen wir dringend. Hallo Richard, ich grüße dir. Mir fehlen echt die Fläschchen. Ich muss Fläschchen kaufen. Dazu fehlen mir die Zutaten. Wie viel brauche ich? 29 Fläschchen brauche ich. Okay. 29F... Dann gucken wir uns mal das restliche Lager an. Beim nächsten Mal.